Endlich daheim! Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Eier! Hier liege ich gut. Schlaf. Schon längst dabei. Was war das? Dein Bobby! Wer bist du? Was war das? Was war das? Untertitelung des ZDF, 2020